Moin, wir hatten Besuch aus Hamburg und zwar hat uns der Danny von Schramwerk uns hier besucht und wollte uns ein bisschen sein PCP Produkt zeigen, hat uns ein bisschen erklärt, was das für ein Sprühgedöns ist. Anfangs war es nur ein bisschen Farbe auftragen. Seht selbst, die Nummer ist komplett eskaliert, das ist so komplett. Wenn die. Ja Antenne. Das Rhythm Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist Wir kontrollieren gerade hier, ob der Lack noch folgt ist